Hi Leute, willkommen bei einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Haul, wie ihr schon gesehen habt. Und ich habe mal wieder ein bisschen was geshoppt. Das, was ich phasenweise zwischendurch kaum noch geshoppt habe, habe ich glaube ich in letzter Zeit, obwohl es ja auch schon wieder einiges ein paar Monate rumliegt und so, schwierig zu sagen. Ich glaube, das mit dem Shopping ist auf jeden Fall weniger geworden, aber ich glaube, es wirkt in den Videos trotzdem noch so viel, weil es irgendwie trotzdem noch ziemlich viele Hauls sind und trotzdem ziemlich viel auf einmal. Aber man muss halt bedenken, dass teilweise die Sachen Monate bei mir rumliegen. Ja, aber ich will da gar nicht genauer eingehen, sondern will direkt zu den Sachen kommen, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich als erstes bei Depot bestellt. Ja, eigentlich arbeite ich da und ich hätte die Sachen, die ich dort bestellt habe, auch vor Ort kaufen können. Aber irgendwie, ja, war mir das lieber, die online zu bestellen. Frag mich nicht warum. Warum? Ich habe es einfach gemacht. Punkt. Und zwar habe ich mir einmal viermal 20 Servietten bestellt. Und zwar mit vier verschiedenen Muster und Farben sind das. Ich habe mir die bestellt, weil einige davon hatten wir auch gar nicht mehr bei uns vor Ort. Deswegen ist das vielleicht mit ein Grund, warum ich bestellt habe. Und zwar einmal habe ich mir diese Servietten bestellt. Und zwar steht da drauf, Wo die Liebe den Tisch deckt, schmeckt das Essen am besten. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie erkennen könnt. Fand ich ganz cool. Den Spruch hat mir ganz gut gefallen. Dann, Essen gut, alles gut. Hat mir auch richtig gut gefallen. Obviously. Dann, das fand ich für den Sommer, für den Garten zum Grillen ganz geil. Wir müssen Fett verbrennen. Werft den Grill an. Fand ich auch ganz cool. Und das Letzte ist, von Liebe allein wird keiner satt. Das fand ich so cool. Ja, weil meine Familie und ich, wir lieben Essen. Und irgendwie passt das immer ganz gut. So, von Liebe allein wird keiner satt. Richtig. Man kann nicht nur in Luft und Liebe leben. Essen ist einfach zu geil. Ja, deswegen fand ich die Servietten alle ganz cool. Und habe mir gedacht, bestelle ich die mir die. Die Servietten haben übrigens alle jeweils 2,99 Euro gekostet. Dann habe ich mir nämlich dort bei Depot noch online Sachen bestellt. Die, wo man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, sind Gläser. Es ist aber Plastik. Und das fand ich ganz cool. Weil das ist immer ganz cool, glaube ich, für den Garten oder auch generell für Partys. Weil ja da öfter mal ein Glas runterfällt oder irgendwas kaputt geht. Ja, und Plastik geht halt einfach nicht so schnell kaputt. Da habe ich mir ganz normale Trinkgläser einmal, also ich habe jeweils immer nur eins davon bestellt. Eigentlich dämlich, aber ja, ich habe gedacht, eins ist auch erstmal gut. Erstmal ein großes Trinkglas. Das hat jetzt 1,99 Euro gekostet. Das sind jetzt 550 Milliliter. Und dann nochmal für 1,99 Euro ein kleines Trinkglas. Und das sind jetzt 400 Milliliter. Alles natürlich Zuckerangaben. Ja, fand ich ganz cool. Hört man wahrscheinlich. Ist Plastik. Kein Glas. Und die sehen, finde ich auch noch ganz cool aus irgendwie. Ähm, ja. Einmal halt, wie gesagt, ein großes und einmal ein kleines. Dann habe ich mir noch ein Weinglas bestellt, weil das gab es auch. Und das hat aber 2,99 Euro gekostet. Das sind ca. 330 Milliliter. Ja, das Weinglas fand ich halt auch cool, weil ich dachte, wenn ich mir die anderen Gläser bestelle, bestelle ich mir auch das Weinglas. Wie gesagt, auch Plastik. Fand ich auch ganz nice. Dann habe ich mir noch die Salatschale bestellt. Die hat 5,99 Euro gekostet. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die Salatschale, dachte ich, ist auch super. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, für den Garten, zum Grillen draußen, für Gartenpartys oder Tralala. Dann hat man diese Gläser und sogar eine Salatschale. Und dann habe ich mir gleich noch eine Croup bestellt für 6,99 Euro. Also quasi wieder passend zu den Gläsern. Da passen übrigens ca. 2 Liter rein. Ja, dann kann man nämlich hier Getränke reinmachen und dann füllt man das in die Gläser ein. Ist hier so zum Aufmachen. Und hier vorne gießt man dann quasi ein. Das Geile ist auch, diese Decke ist so fest. Das ist so geil. Wahnsinn, finde ich richtig gut. Ja, und jetzt habe ich quasi eine Salatschale, einen Krug und 3 Gläser. 2 normale Trinkgläser, ein kleineres und ein größeres. Und ein Weinglas. Finde ich geil. Ist ein geiles Set zu meiner Bestellung bei Depot. Da ich aber eine Sache vergessen hatte zu bestellen, habe ich die dann bei uns im Laden gekauft. Die Sachen hatten wir übrigens auch im Laden, also die Servietten. Einige davon, einige hatten wir nicht mehr. Und von diesem Plastikgeschirr, also Gläsern, Krug und Salatschale, hatten wir alles da. Wie gesagt, habe ich aber trotzdem mit online bestellt, weil man die Servietten nicht bestellen konnte, wenn man nicht noch andere Sachen bestellt hat oder so. Weil es ein Premium-Produkt ist oder sowas. Ja, und dann ist mir aber aufgefallen, was ich vergessen habe, und zwar das Salatbesteck zu bestellen. Das hatten wir aber bei uns noch im Laden. Deswegen habe ich das dann bei uns im Laden gekauft. Das ist das Salatbesteck. Hier, die vordere Seite ist ein bisschen heller, die hintere Seite ist ein bisschen dunkler. Kann man vielleicht ganz gut erkennen. Das Ganze hat jetzt 4,99 Euro gekostet. Ich habe aber noch eine Sache mitgeholt. Also klar, einmal das Salatbesteck, eben passend zur Salatschüssel. Weil ich dachte, wenn man schon alles in diesem Blauton hat, dann ist das Salatbesteck dazu natürlich noch besser. Und dann habe ich mir auch endlich ein paar Postkarten geholt. Also nicht, weil ich die wegschicken will, sondern ich habe die bei uns gesehen und fand die so gut, dass ich die haben wollte. Die sind zwar nicht günstig, aber die sind ja für mich auch nicht zum Wegschicken, sondern ich werde sie mir hinstellen oder so, weil da sind... Ich habe mir die... Also eigentlich hätte ich mir noch mehr holen können, weil es gab verschiedene Tiere auf diesen Postkarten und so. Und ich hätte gerne irgendwie verschiedene Tiere gerne gehabt. Aber ich habe jetzt alle genommen, wo ein Labrador drauf war. Postkarten haben alle jeweils 1,40 Euro gekostet. Ich hatte aber am Ende noch 2,30 Euro Personalrabatt, wie man das wahrscheinlich sieht. Deswegen habe ich ihn noch mal weniger bezahlt. Aber ja, da haben wir einmal die Postkarte. Da ist halt ein Labrador drauf mit einer Rose im Mund. Und dann steht er drauf für dich. Der Hund sieht von der Nase aus wie mein Hund, weil der auch so eine helle Nase hat und keine dunkle. Aber von der Statur, mein Hund ist viel, viel schlanker und schmaler als der. Der sieht auch irgendwie flauschiger und wuschiger aus. Aber ich glaube nicht, dass das ein Golden Retriever ist. Es sieht mir mehr aus wie ein Labrador. But I don't know. So, dann der hier. Das könnte auch mein Hund sein. Das ist genau auch vom Dings schmal, helle Nase. Das könnte absolut mein Hund sein, auch wie er da liegt. Chill mal wieder. Fand ich geil. Dann noch das. Der hat, ich weiß nicht, ob der auch eine helle Nase hat. Auf jeden Fall super Team. Fand ich auch sehr süß. Fand ich geil. Und das sind halt, wie gesagt, die drei Karten. Und dann habe ich mir noch einmal Servietten bei uns geholt, weil die waren bei uns gerade runtergesetzt. Und zwar 70 Prozent, also von 2,99, 70 Prozent. Das heißt, ich habe am Ende nur noch 59 Cent bezahlt. Richtig geil. Und zwar fand ich die so geil, die habe ich bei uns im Laden gesehen und dachte, oh mein Gott, die sind sowas von wahr. Die besten Partys finden immer in der Küche statt. Ich dachte mir, hä, auf jeden Fall, bei uns ist das immer so und es ist wirklich bei uns und das sagen wir ständig. Und deswegen waren die Servietten für uns nicht passender. Und dann dachte ich, Alter, wenn die eh gerade runtergesetzt sind, dann nehme ich die mit. Dann habe ich mir eine Kleinigkeit bei EMP bestellt. Ich weiß jeweils nicht mehr ganz genau, wie teuer das war. Wenn ihr aber bei EMP schaut oder wenn ihr das auch haben wollt, dann findet ihr das auf jeden Fall und dann seht ihr auch die Preise. Und zwar habe ich mir zwei Harry Potter Süßigkeiten bestellt. Einmal, Bertie Botts Boden. Mega geil. Da sind halt so Geschmacksrichtungen wie Banane, schwarzer Pfeffer, Dreibeer, Nasenpobel, Zuckerwatte, Kirsche, Zimt, Dreck, Regenwurm, Ohrenschmalz, Gras, grüner Apfel, Marshmallows, faules Ei, Wurst, Zitrone, Seife, Tutti Frutti, Erbrochenes und Wassermelone. Einige Geschmacksrichtungen kenne ich schon, weil ich mal mit meinen Cousinen so ein Spiel gespielt habe. Das Video ist nochmal in der Infobox und in der Infokarte verlinkt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das waren jetzt nicht speziell die Harry Potter, Bertie Botts Boden. Aber wie gesagt, die hier wollte ich trotzdem gerne mal ausprobieren. Da sind glaube ich zu wenig drin, um zu dritt oder sogar glaube ich schon zu zweit dieses Spiel spielen zu können. Weil ich weiß nicht, ob das gerecht aufgeteilt ist, dass jeder mal einen probieren könnte. Weil ich glaube, hier kann man auch gar nicht das Spiel spielen, weil die teilweise gar nicht sich ähnlich sehen, sondern die sehen alle eh anders aus und dadurch ist es nicht so, dass man entweder oder hat, sondern ja, musste ich auf jeden Fall haben, weil ich dachte, das ist geil von Harry Potter, das muss ich haben. Und dann habe ich mir noch den Harry Potter Chocolate Frog geholt. Ja, der Schokoladenfrosch. Und dann steht da auch Milchschokolade mit Puffreis. Mega geil. Und zwar New Collective Wizard Card Inside. Da ist sogar eine Karte drin. Oh mein Gott, ich werde es bestimmt mit euch in einem Vlog öffnen, wenn ich das nicht sogar, wenn der Vlog nicht sogar schon online kam. Richtig, richtig geil. Ich bin gespannt, wen ich da drin habe. Wirklich, oh mein Gott. Richtig, richtig geil. Dann habe ich mal wieder bei Douglas bestellt. Und zwar hatte ich einen 10-Euro-Gutschein irgendwie. Das heißt, ihr müsstet jetzt alle Produkte minus 10 Euro rechnen, denn wisst ihr, was ich insgesamt bezahlt habe. Und zwar habe ich mir einmal für 27,99 Euro so ein Glam Glow Set, so ein Gesichtspflegeset geholt. Das hatte ich auch schon eine Weile auf meinem Wunschzettel. Und ich dachte mir, ich will mal dieses Set holen, weil die... Ich glaube, diese Massen kriegt man ja auch alle einzeln. Mask and Moisture. Und die kriegt man auch alle einzeln. Aber ich will einfach mal alle ausprobieren. Deswegen fand ich dieses Set ganz super. Einmal Clear, Firm, Hydrate, Detoxify, Brighten und Moisturize. Ob alles meine Haut braucht, I don't know. Manchmal habe ich das Gefühl, ja. Aber ich will auf jeden Fall alle davon mal ausprobieren. Die Clear hat 20 Gramm drinne. Die Firm, Hydrate, Detoxify und Brighten jeweils 10 Gramm. Und die Moisturize hat 15 Milliliter drinne. Um mich diese Masken auszuprobieren. Vielleicht berichte ich in einem Vlog davon. Mal schauen. Dann habe ich mir für 15,99 Euro dieses Starskin VIP, so Gold Mask geholt. Ja, ich dachte mir, oh mein Gott, so eine krass goldene würde ich gerne mal ausprobieren. Starskin Masken, davon habe ich wie gesagt schon viel gehört. Und bin da auch sehr gespannt, ob die auch so gut sind, wie sie versprechen. Dann habe ich mir aber auch noch eine günstigere Maske abgekauft von Neogen oder so heißt die Firma. I don't know. 3,99 Euro hat die gekostet. Ja, das ist diese. Das ist nämlich WYT Oxygen AHA Bubbly Peeling Mask. Ich fand das klang super interessant. Mit der Peeling Maske auf Basis von AHA und BHA können sie sich von mechanischem Peeling verabschieden. Neogen Oxygen AHA Bubbly Peeling Mask reinigt zuverlässig die Poren, entfernt lose Hautschüppchen und löst Verschmutzungen. Richtig geil. Beim Kontakt mit der Luft entsteht in der Maskenoberfläche ein aktiver Schaum. 5 bis 10 Minuten eingewirken lassen, die Maske abnehmen und das Gesicht mit Wasser reinigen. Richtig geil, ob die auch so bubbly ist. Und ja, bin ich auch sehr gespannt. Die klang sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, weil ich habe von ein paar Masken, habe ich teilweise auch manchmal was von YouTubern oder so gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Maske, ob da eine Wünsche das mal irgendwie hatte. I don't know. Ich weiß aber auch nicht, ob sie die damals bei Douglas bestellt hat, vielleicht auch irgendwo anders. Da ich mein meistens alles bei Douglas bestelle, habe ich die dann halt auch gleich dort mitbestellt. Und ja, dadurch, dass ich was von Glam Glow bestellt habe, habe ich nur ein Geschenk von Glam Glow bekommen. Aus dem Grund habe ich auch diesmal bei der Bestellung eben gleich das Set mitbestellt, weil ich dachte, oh, ein Geschenk nehme ich gerne an. Und zwar ist es das Super Serum oder Super Serum von Glam Glow. I don't know, was es tut. Ich habe es mir auch noch gar nicht durchgelesen, muss ich dazu sagen. Es ist so mini, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann habe ich bei ASOS bestellt. Und zwar habe ich dort den Bikini gefunden, den ich hier bei Cherie David gesehen habe. Ich fand den so cool. Ich weiß nicht, ob sie selber nur das Bikini-Oberteil hat oder ob sie auch das Unterteil hat. Auf jeden Fall fand ich den bei ihr so geil, dass ich ewig gesucht habe danach und dann über eine Instagram-Seite herausgefunden habe, woher, wo es diesen Bikini gibt. Und dann habe ich gesehen bei ASOS. Und dann war der ständig ausverkauft und ich dachte, oh mein Gott, wie nervig. Aber als er dann zwischendurch mal wieder da war, habe ich gedacht, jetzt schlage ich zu. I don't know mehr, wie teuer das war. In der Rechnung war jetzt auch nicht irgendwie Preis oder so oder der Lieferschein oder I don't know. Keine Ahnung mehr, wie teuer der war. Man musste halt leider Oberteil und Unterteil einzeln zahlen. Das ist ja mittlerweile ganz häufig so. An sich ist es schön, weil man dann die Größe selber bestimmen kann. Wenn man halt oben und unten nicht die gleiche Größe hat, kann man das so variieren. Aber es ist halt immer, wenn beides schon nicht günstig ist. Hier haben wir das Bikini-Oberteil. Ich fand das so geil, so dieses Neon-Gelb-Grün mit diesem Schlangenmuster. Boah Leute, look at this. Ich ziehe es natürlich jetzt nicht so an. Aber ja, ich wollte es nur mal für das Video kurz demonstrieren. Ja, richtig, richtig geil. Und das hier ist das Höschen. Voll süß. Also mega geil, richtig geil. Der Bikini, das sieht so gut aus. Diese Farben. Leute, schaut es euch an. Richtig geil, dieses Neon. Feier ich. Und dann habe ich gleich noch eine Sache bestellt. Ich weiß gar nicht, warum ich noch das bestellt habe. Ob es darum ging, irgendwie auf irgendeine Summe zu kommen, um Versandkosten zu sparen. Oder ich weiß es gar nicht mehr, warum ich... oder ob ich es wirklich haben wollte. Weil ich habe mir nämlich noch ein Fächer bestellt. Weil ich denke mir so, ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich nur den Bikini bestellt. Also ich denke mal, dass es irgendwas zu sparen gab oder so. Ja, und dann habe ich mir gleich einfach noch ein Fächer bestellt. Weil ich dachte, jetzt im Sommer kann man ein Fächer ganz gut gebrauchen. Dann steht ja noch drauf, Beach Please. Oh mein Gott, wie cool ist das bitte. Und... Oh, das tut gerade so gut. Ich hatte nämlich mal zwei Fächer. Aber die sind beide weg. Ich weiß nicht, wo die beiden hin sind. Entweder in den Tiefen meines Zimmers irgendwo untergetaucht, verbummelt, verkramt. Da ich die aber jetzt nicht finde und auch letztes Jahr schon nicht gefunden habe. Und ich glaube davor, dass ich auch schon nicht gefunden habe. Da habe ich gedacht, dann kaufe ich mir jetzt einfach den Fächer. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wie teuer die ganzen Sachen waren. Wenn ihr den noch auf ASOS findet, könnt ihr natürlich gleich gerne gucken. Schön, aber Fächer kriegt ihr glaube ich überall natürlich nicht den. Aber es tut gerade so gut, ich möchte gar nicht mehr aufhören, Leute. Wirklich. Wenn euch auch gerade so warm ist, hier, ich fächere euch Luft zu. Merkt ihr nur leider nicht, ne? So, dann habe ich mal wieder ein paar Sachen bei uns im Laden bei Lippo gekauft. Weil wir coole Sachen runtergesetzt hatten, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich brauche die. Die ich schon länger bei uns gesehen habe und gewartet habe, bis wir die runtergesetzt haben. Ich habe auch gehofft, dass sie nicht so viele Leute kaufen, damit ich dann auch noch was abkriege. Weil man verkaufen die Leute das ja schon vorher. Auch wenn es noch nicht runtergesetzt ist, wenn die Sachen so gut laufen. Und zwar habe ich mir zwei Vasen gekauft. Einmal, das hier ist die kleine. Die hat eigentlich 1,99 Euro gekostet. Dann waren es aber 70 Prozent runtergesetzt. Also habe ich 1,40 Euro weniger bezahlt. Ähm, ja, das ist die kleine Vase. Das ist so eine kleine Lila, ne? Ich weiß nicht, ob Lila so gut in mein pinkes Zimmer passt. Aber ist mir egal. Ich fand die so schön. Ich war jetzt nicht unbedingt ein krass Lila-Fan. Aber die Vasen fand ich so schön. Das ist halt einmal die kleine. Und das hier ist die große. Die hat 3,99 Euro gekostet. Aber war, wie gesagt, auch 70 Prozent runtergesetzt. Also habe ich 2,80 Euro weniger bezahlt. Hier seht ihr nochmal den Bon. Ja, und das ist die gleiche in groß. Und ich fand die ganz cool, weil man die halt so zusammen hinstellen kann. So, weiß ich nicht, entweder voneinander versetzt. Wie auch immer. Ich habe mir noch nicht ganz überlegt, was ich da reinmachen will. Ich habe bei uns im Laden eine sehr, sehr schöne Kunstblume gesehen. Und ich dachte, wir haben die auch noch in klein. Aber irgendwie haben wir die in der Farbe nicht in klein. In diesem lila-Fleederton. Nur in so einem helleren Rosa oder so. Deswegen überlege ich jetzt dann doch, die große zweimal zu kaufen. Davon. Und die dann halt, die eine halt zu kürzen. Ich weiß nicht, ob ich die große nicht bei der großen Vase trotzdem auch ein bisschen kürzen müsste. Die kostet, glaube ich, 5,99 Euro. Ist jetzt ganz schön teuer, finde ich. Aber dafür ist es ja eine Kunstblume und die hält ewig. Und da habe ich mir irgendwie die ganze Zeit immer vorgestellt, dass ich das so schön finden würde, wenn die in diesen Vasen drin stehen würde. Und ja, dann würde ich das wahrscheinlich machen, dass ich hier halt die größere reinmache, hier die kleinere. Oder je nachdem, wenn ich die Größe dann halt, die größere kürze, dann halt, wenn ich dann doch die größere nehmen muss, weil wir dann doch die kleine davon nicht haben. Und ich fand die, wie gesagt, sehr, sehr schön. Muss ich mal gucken. Weil eigentlich habe ich in meinem Zimmer gar nicht mehr so viel Platz zu dekorieren. Und das Wohnzimmer will ich eigentlich auch nicht damit vorstellen, weil ich fand ja meine Eltern das so cool finden. Lila ist, glaube ich, auch nicht deren Farbe. Und passt da auch gar nicht rein. Muss ich mal gucken. Aber fand ich halt so schön, musste ich halt einfach haben. Und ein bisschen später habe ich mir dann auch noch mal ein paar Sachen gekauft. Einmal habe ich mir einen Bilderrahmen gekauft. Der hat dann nur noch 1 Euro gekostet. Den haben wir runtergesetzt, weil wir den nicht losgeworden sind. Deswegen haben wir den noch 1 Euro gesetzt. Und da den dann immer noch keiner haben wollte, habe ich den dann genommen. Ich habe die ganze Zeit nämlich überlegt. Der hat vorher 5,99 gekostet. Ich fand den so cool, diesen Bilderrahmen. Weil ich finde, der ist so auf altmodisch gemacht. Irgendwie ist der mega cool, weil der halt so auf alt gemacht ist und so. Das Coole ist bei dem, ihr seht hier übrigens mal, der hat eigentlich 5,99 gekostet. Und den kann man anhängen, kann den aber auch hinstellen. Also wie man mag. Ich werde gucken, was ich damit mache. Am Anfang werde ich ihn erstmal hinstellen und kein Foto reinmachen, weil ich noch nicht 100% sicher bin, was ich reinmachen will. Erst hatte ich überlegt, dadurch, dass es so auf alt gemacht ist, dieser Bilderrahmen, was ich sehr gerne mag, dachte ich erst ein Bild von Marilyn Monroe oder ein Bild von Audrey Hepburn. oder irgendwie so. Dann habe ich da gedacht, hm, ist vielleicht so unpersönlich und ich könnte mich auch nicht entscheiden, wen von beiden. Andererseits muss ich sagen, wir haben hier bei uns einen Flur, Marilyn Monroe zu hängen, dann wäre es für schlauer, Audrey Hepburn reinzumachen. Aber I don't know. Ja. Und dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich auch irgendwie von meinen Großeltern da ein altes Bild rein oder ein neues, was ich dann einfach nur schwarz-weiß ausdrucke, weil das war mir irgendwie wichtig, dass es schwarz-weiß ist. I don't know. Vielleicht, ja, dann dachte ich aber, da müsste ich mich vielleicht auch entscheiden. Egal ob von meinen Großeltern, von meiner Mutter oder von meinem Papa, da wäre jetzt die Frage, welche Oma von den beiden mache ich rein, welchen Opa von den beiden mache ich rein. Also von mir, der Opa oder die Oma und wen, von meiner Mama, dem Mama oder von meinem Papa, dem Mama, von meiner Mama, dem Papa oder von meinem Papa, dem Papa. Da habe ich gedacht, nee, da müsste ich mich auch entscheiden. Und ich weiß nicht, wir wären natürlich wahrscheinlich nur pärchenweise zusammen oder ich weiß nicht, ob ich alle zusammen habe. keine Ahnung. Und am Ende habe ich dann überlegt, vielleicht ein Bild von Eddie und mir reinzumachen. Wir hatten ja ein ganz schönes gemacht in Blankenburg im Schlosshotel. Das ist auch auf meinem Instagram. Das habe ich dann überlegt und da habe ich dann sogar überlegt, das vielleicht sogar nicht in schwarz-weiß reinzumachen. Aber ich weiß es noch nicht ganz genau. Wie gesagt, ich werde den Bilderrahmen jetzt erstmal bei mir aufstellen und schauen wohin damit beziehungsweise was. Ich werde ihn eine Weile so stehen lassen und sobald mir was Genaues einfällt, werde ich da was Genaues reinmachen. Und dann habe ich mir noch zwei Sachen bei Depot gekauft und zwar sind das Deko-Objekte, Herzen. Eins in groß, eins in klein. Das eine hat eigentlich 3,99 Euro gekostet und das andere 2,99 Euro. Jeweils 70% Rabatt. Darauf habe ich eigentlich auch gewartet, dass sie rabattiert wurden, weil wir hatten die zum Muttertag oder so, in der Richtung, so zum D-Zeitpunkt ungefähr. Ich fand die ganz schön, weil ich dachte, die passen in mein Zimmer ganz gut rein. Hier das Rosane, äh, das Große ist rosa, so und das Kleine ist so pink, würde ich sagen. Auf jeden Fall viel dunkler. Und ich fand die so cool, wie gesagt, und dann waren die halt 70% runtergesetzt, halt so gut in mein Zimmer rein, dass ich dachte, dann kann ich mein Zimmer ein bisschen dekorieren. So viel Platz habe ich zwar nicht mehr zum Dekorieren, aber ein bisschen noch und dann kann ich die da irgendwo platzieren. Mal gucken, wie ich das so mache. Dann war ich, ja, von euch aus gesehen, das ist glaube ich auch schon wieder ähnlich. Wie gesagt, war ich von mir aus gesehen, das ist ja schon relativ lange her, war ich nämlich mit meiner Cousine mal wieder shoppen. Das haben wir letztes Jahr vor einem Jahr dann auch gemacht. Also es war dann fast oder über ein Jahr schon wieder her, wo wir das letzte Mal shoppen waren. Oder fast genau ein Jahr oder wie auch immer. Irgendwie so. Entweder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr oder genau. I don't know. Ja, und dann waren wir mal wieder seit langem shoppen und ich bin nicht speziell mit dem Ziel dahin gegangen, was zu finden zum Shoppen. Also weil eigentlich ich wollte meine Cousine überwiegend was finden. Sie hat auch viel gefunden. Sie meinte auch, es fällt ihr viel leichter irgendwie was zu finden, wenn sie mit mir shoppen geht. Und deswegen gehe ich auch so gerne mit ihr shoppen, weil ich es mag, wenn Leute sich motiviert fühlen, was zu kaufen und so. Auch durch mich und so, weil ich weiß, wie schwer es manchmal sein kann, nicht zu finden. Also die Phase hatte ich auch. Und ja, ich bin da mit dem, ich habe gesagt, wenn ich Sachen sehe, die ich unbedingt haben will, dann kaufe ich sie mir. Ansonsten kaufe ich sie nicht. Ich habe nämlich viel gesehen und hätte mir eigentlich so viel kaufen können. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte, wenn ich schon so viel online shoppe, muss ich ja wenigstens offline mein Geld ein bisschen sparen quasi. Aber bei Bershka habe ich was gesehen, ein Top, was ich unbedingt haben musste. Das Top hat 5,99 Euro gekostet. Weniger Top als Mensch wahrscheinlich, wenn ich es trage. Aber ich musste es haben, weil ich diesen Aufspruch so gut fand. Eigentlich habe ich bei Bershka auch noch einen schönen Rock gesehen, aber in dem habe ich mich so unwohl gefühlt, because of, ich einfach nicht hundertprozentig zufrieden bin mit mir selber und mit meinem Körper, dass ich es nicht gekauft habe, den nicht gekauft habe. Aber das Top, auch wenn das mir vielleicht nicht so sehr schmeichelt, wie vielleicht ein anderes Top mir mehr geschmeichelt hätte, aber ich musste es haben, allein schon wegen dem Spruch, I am my better half, in Klammern einfach, born complete, not yours. Also I am my better half, not yours. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist genau so, wie ich das sehe und so, wie es leider wenige Leute sehen und so, wie ich mich fühle, mein Mood und mein, that's me. Ich dachte, dieses Top hat einfach an meinem Namen geschrieben, dass ich dachte, also wenn ich das nicht kaufe, dann mache ich echt einen Fehler. Wie gesagt, es ist weniger Stoff als irgendwas, aber ich dachte, im Sommer ist das immer was gut. Und ich fand das so schön, also allein wegen dem Spruch, dass ich dachte, wenn ich das nicht kaufe, dann bereue ich das, wenn ich zu Hause bin. Ich kann auch schon mal sagen, das ist das einzige Kleidungsstück, was ich gekauft habe. Ansonsten habe ich bei unserem Shoppinggang nur Beauty-Kram gekauft, könnte man so sagen. Und das ist auch für diesen Haul das einzige Kleidungsstück, was ich gekauft habe. Wie ihr merkt, habe ich mehr so für Dego Beauty und so ausgegeben, als, okay, den Bikini hatte ich noch. Ja, aber ansonsten hatte ich, irgendwann hat man alles. Das stimmt irgendwie, irgendwann hat man alles. Und wenn der Kleiderschrank fast überquillt und platzt, dann weiß man ja auch nicht mehr, wohin damit. Und wenn man auch nicht aussortieren möchte, weil man die Sachen einfach zu gerne mag, dann bringt das auch nichts. Und ich habe gesagt, ich kaufe jetzt nur noch Sachen, wenn ich sie unbedingt haben will. Gut, wenn ich jetzt noch bei Fashion Nova bestellen würde, wenn ich da nicht diesen Struggle hätte, dann hätte ich auch noch mehr und würde noch mehr Klamotten und weiterhin kaufen. Aber da das nicht der Fall ist, sieht das jetzt im Moment so aus. Weil wir waren nämlich noch bei Primark. Da habe ich auch, oh, ich glaube, ich habe eine schöne Hose und eine schöne Bluse oder so gesehen. Keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall am Ende nicht gekauft. Aber ich habe mir zwei Hautpflegeprodukte gekauft, denn die eine Instagram, die ich verfolge, ihr Profil seht ihr bestimmt gerade hier eingeblendet, die hat mal so ihre Hautpflegeprodukte gezeigt und so. Und ich dachte mir, oh mein Gott, die will ich mir holen auch so überwiegend gegen Pickel und so. Ich habe nicht mit Pickeln zu kämpfen. Also meine Haut ist eigentlich sehr gut. Aber ich habe vor ein paar Monaten die Pille abgesetzt und ich weiß, wenn man die Pille absetzt, dann rastet die Haut vollkommen aus. Zu dem Zeitpunkt, als ich mir die Sachen gekauft habe, war meine Haut noch in Ordnung. Jetzt, vor ein paar Wochen, hatte ich schon wieder ganz schlimm mit Pickeln zu tun. Jetzt, aber im Moment geht es wieder. Ich habe einen großen Pickel hier und hier habe ich noch ein paar Pickelmale, die wahrscheinlich nicht mehr wirklich weggehen. Aber ich merke schon, wie meine Haut langsam anfängt. Ich weiß, dass bei manchen Leuten, die mit der Pille aufhören, erst nach einem Jahr diese krassen Hautunreinheiten kommen. Ja, ich meine, ich habe mir deswegen auch schon mal vorbeugend die Sachen gekauft, weil ich habe gedacht, ich habe ja auch Hautprodukte da gegen so Pickel und so. Aber ich dachte mir, ich will ein paar mehr Sachen ausprobieren und vielleicht auch Abwechslung in meine Hautroutine reinbringen, weil die Haut gewöhnt sich ja schnell dran an bestimmte Produkte und wird dagegen immun. Und zwar waren das auch zwei Sachen von Primark und als wir da drin waren, dachte ich, oh mein Gott, dann muss ich mir die jetzt holen, die Sachen, weil ich komme so selten zu Primark. Das war einmal für 3,50 Euro. Ah, steht hier auch nochmal drauf. Ja, das aber mit dem Kassenbong ist scheiße, das erkennt man so schlecht. Das hier, Charcoal Cleanse and Detox ist quasi so ein Detox-Wasser, würde ich sagen. Ja, Detoxify-Micella-Water, also so ein Micellenwasser, aber das ist schwarz, Leute, guckt euch das an. Krass, oder? Ja, das würde ich gerne mal ausprobieren, weil ich war auch erstaunt, wo die Vanessa das auf ihrem Instagram gezeigt hat, dass das auch eines der Produkte ist, wo ich dachte, von Primark, hm, und ich bin gespannt, ich glaube, ich habe auch noch nie Micellenwasser benutzt, noch nie. Ich habe Rosenwasser und sowas benutzt, aber ich glaube, so ein richtiges Micellenwasser hatte ich noch nie und das erste, was ich ausprobieren werde, ist von Primark, Leute. Ich war auch erstaunt, dass da scheinbar Produkte funktionieren, aber, ja, that's it. Und für 2,50 Euro, ach, ich habe beschlossen, ohne Kassenbong, stimmt, steht ja hier drauf, 2,50 Euro, dass, ähm, auch von PS, oder PS, ich weiß nicht, das ist scheinbar die Beauty-Mark von Primark, äh, Clear and Cool Refining Toner, also ein Toner, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich habe noch nie einen Toner benutzt, oder? Oder steht, äh, zählt Rosenwasser auch zu Toner? Ich bin mir nicht mal sicher, was genau ein Toner ist, aber wie auch immer, Perifying Tea Tree and Witch Hazel, das sieht schon cool aus, ähm, hier glaube ich, dass es nur die Flasche ist, die grün ist, aber, ähm, richtig geil, Leute, oh mein Gott, 2 Beauty-Produkte von Primark, die gegen Pickel helfen sollen, ich bin sehr, sehr gespannt, ich werde das auf jeden Fall austesten, und bestimmt auch mal in einem Vlog davon berichten. So, und dann waren wir bei DM drin, und da habe ich mir gleich eine Sache gekauft, die ich eigentlich beim letzten Mal bei DM schon kaufen wollte, das aber bei mir im Center in dem DM nicht gefunden habe, und ich nicht gefragt habe, äh, und ich habe das aber, als wir dann shoppen waren, in dem DM, wo wir waren, habe ich das sofort gesehen, und dachte, dann nehme ich das jetzt gleich mit, ähm, das letzte Mal, wo ich bei DM war, und so, ja, boah, das bestimmt nochmal in der Infobox, und in der Infokarte, äh, da zeige ich euch nämlich die Sachen, die ich nämlich auf Empfehlung von Regina Hicks, glaube ich, alle gekauft habe, und das ist jetzt nämlich auch eine, äh, Empfehlung von Regina Hicks, sondern vor allem auch nur noch drei, oder so, davon da in dem Regal auf jeden Fall, ähm, das Ganze hat 6,95 Euro gekostet, und zwar ist es das hier, das ist das Dr. Bronner's Biolavendel Hand Hygienespray, und ich dachte mir, oh mein Gott, Regina steht ja total auf Lavendel und so, einige Leute stehen im Moment total auf Lavendel, habe ich das Gefühl, ich war nie ein Fan von Lavendel, aber von diesem künstlichen Lavendel, alles andere fand ich immer ganz gut, aber hier entfernt 99,9% der Bakterien rein biologisch, und ich dachte mir, das ist eigentlich super für die Tasche, ähm, weil man doch immer so viele, äh, keine Ahnung, äh, ja, Bakterien und sowas, ähm, durch Bahn fahren, keine Ahnung, ich aber auch in meinem Job Geld hin und her gereiche, auch Geld sind unglaublich viele Bakterien, und ich fasse mir aber auch ständig ins Gesicht, kein Wunder, warum meine Haut schlecht wird, ne, ähm, ja, und das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, und das riecht halt nach Lavendel, und nicht so wie dieses Standard, ähm, das Infektionsmittel, ich muss sagen, ich finde den Geruch gar nicht so schlecht, aber, ja, so ist es wahrscheinlich noch besser, ich probiere es gleich mal aus, oh, das riecht richtig geil, oh, das ist schön, oh mein Gott, ich hoffe, ich finde es nochmal bei mir in dem DM, weil dann würde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen, auch wenn es leider sehr teuer ist, aber das ist ja richtig geil, also ich kaufe es mir nach, sobald das ja alle ist, aber ich will dann halt nicht immer bis zum Alex fahren, ich hoffe, dass es das, äh, bei mir im DM auch gibt, dann muss ich auf jeden Fall nachfragen, weil das finde ich ja mega geil, und dann habe ich mir noch ein paar Sachen gekauft, aufgrund von der Vanessa von Instagram, ähm, von ihren Haut, äh, Sachen, also Hautschlägeprodukten, also einmal, wie gesagt, die zwei Sachen von Primark, und dann noch ein paar Sachen auf dem Bild, und zwar einmal für 2,95, die Abteil Wundheil Zinksalbe, ähm, ja, Wundheil Zinksalbe, Wundheilung, antibakteriell und Wundheilung, ja, sie hatte noch ein anderes Bild, ich glaube, da war das noch ein, sah die Verpackung noch ein bisschen anders aus, aber es müsste genau das sein, ähm, ja, weil es ja auch, denke ich mal, gegen, auch aufgekratzte Pickel, oder generell gegen Pickel, wahrscheinlich ganz gut helfen könnte, weil Zink und so, Zink ist ja auch immer sehr gut, Zinksalbe, ja, habe ich gedacht, ist doch mal eine ganz gute Idee, habe ich mir gleich gekauft, und auch noch, weil das auch mit, auf ihrem Bild, auf ihrer Dings mit drauf war, ebenfalls für 2,95, den, äh, Pickel Break Dings hier, die ja der mal, Power gegen Pickel, und da habe ich gedacht, das klingt ja noch vielversprechender, das hole ich mir, ja, und bei dem bin ich auch gespannt, der klingt für mich erstmal am vielversprechendsten, weil der genau das auch sagt, wogegen er helfen soll, deswegen, mal schauen, Power gegen Pickel mit Esser und Hautunreinheiten, mit Teebaumöl, Teebaumöl ist sehr gut, ich habe auch Teebaumöl da, ja, eigentlich für, meine, Heilerde Maske, oder was das ist, aber die habe ich in letzter Zeit auch nicht oft benutzt, weil ich noch nicht ganz klar kam, auf das Mischverhältnis, muss ich nochmal gucken, ähm, aber Teebaumöl hilft ja auch eigentlich immer ganz gut, gegen, äh, Hautunreinheiten, ja, das erinnert mich ein bisschen, glaube ich, an, mein, Mario Badescu Zeug, was ich habe, was ich auch punktuell auftragen muss, das ist die, das ist die Drying Lotion, das hatte ich auch aufgrund, ähm, auf Empfehlung von Regina mal geholt, glaube ich, ähm, und sowas, so ähnlich wird das hier wahrscheinlich auch funktionieren, ich bin gespannt, ähm, ja, wie gesagt, ich will einfach ein paar mehr Sachen ausprobieren, ich benutze ja auch immer noch meine Pickelprodukte, die ich da habe, benutze ich ja auch immer noch gegen meine Pickel, aber ich dachte mir, wie gesagt, ein bisschen Abwechslung ist vielleicht mal gar nicht so schlecht, so, dann kommen wir zu dem Vorletzten, und zwar war ich dann auch, das war eigentlich alles, was ich quasi beim Shopping so aufgestaubt habe, ich habe auch später noch mal ein schönes Kleid gesehen und so, aber ich dachte, ich habe so viele Kleider, und, mh, deswegen habe ich so viel nicht gekauft, aber, ich habe dann irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, ob das noch in der gleichen Woche oder eine Woche später war, war ich noch mal im Douglas drin, was bei mir im Center ist, wo ich arbeite, und, ähm, die haben gerade so mega Rabattaktionen gehabt, wo ich dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt nicht zuschlage, dann ist es nicht gut, also habe ich mir drei Produkte gekauft, einmal, was ich sehr häufig brauche, und zwar die Batiste, äh, das Batiste Trockenshampoo, eigentlich ist es immer extrem teuer, hier steht jetzt statt 3,99, ich denke mal, statt vielleicht, was weiß ich, auf jeden Fall, hat es jetzt am Ende nur 2,99 gekostet, eigentlich ist Batiste Trockenshampoo richtig teuer, finde ich, ähm, ja, und zwar, ähm, ist das halt das XXL Volumenspray, das, was ich immer benutze, früher habe ich das für blondes Haar benutzt, jetzt könnte ich anfangen, das für braunes Haar benutzen, zu benutzen, aber ich benutze ganz gerne das mit, äh, Volumen, ob das jetzt am Ende mehr Volumen bringt, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, ja, aber genau kann ich es auch nicht sagen, weil so genau achte ich da nicht drauf, weil ich es einfach nur überwiegend als Trockenshampoo benutze, ich habe bisher auch in meinem Leben noch nie anderes Trockenshampoo benutzt, ich habe bisher immer nur Batiste benutzt, ich weiß, es gibt bestimmt auch ganz viele andere gute Marken, aber ich traue mich bisher noch nicht zu wechseln, oder mal was anderes auszuprobieren, obwohl ich sehr gerne ausprobiere, aber bei Batiste bin ich irgendwie so hängen geblieben, so kleben geblieben, angefangen und nie wieder aufhören gekonnt, und mein anderes ist jetzt, also ich hatte mal 3, ich hatte so ein Dreier-Set mir mal bei Amazon bestellt, und, ähm, ja, das dritte habe ich mittlerweile schon angefangen, das heißt, deswegen musste ich mir eh ein neues kaufen, deswegen war das ganz geil, dass es gerade im Angebot war. Dann habe ich mir was gekauft, was runtergesetzt war auf 18,99, angeblich von 26,99, also ich kann es mir schon vorstellen, dass es so teuer war, weil es ist Klinik. Ähm, ja, und zwar habe ich das nämlich mal bei Patti gesehen, der Schwester von Cherine David, auf ihrem Instagram-Account, ich weiß nicht mehr, ob sie das dazu bekommen hat, ob sie das gekauft hat, ob sie das gut findet, oder einfach mal ausprobieren wollte, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ist das eine Augencreme, und ich benutze in letzter Zeit auch viel Augencremes, und, ähm, ja, habe jetzt bisher auch immer eine von Klinik benutzt, so eine, ich habe jetzt zwei verschiedene von Klinik, und die finde ich auch bisher gut, äh, aber das ist scheinbar noch mal eine andere, die nennt sich Pepstart, irgendwie. Augenpflege für den schnellen Start am Morgen, aufhellend und Feuchtigkeitsspenden, nur drei Sekunden für einen wachen und erfrischenden Blick, und das klang irgendwie mega geil, deswegen habe ich gedacht, oh mein Gott, ähm, das müsste ich mal ausprobieren, das hatte ich dann auch schon auf meinen Douglas Wunschzettel gemacht, aber dann war ich halt vor Ort bei Douglas und habe gesehen, dass sie es da runtergesetzt haben, und ja, vor allem auch voll geil mit diesem, die anderen Cremes sind halt normale Natube, die man so rausholt, und das hier hat halt direkt so ein Bobbelding, womit man viel besser auftragen kann, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, ich werde das auf jeden Fall auch ausprobieren, und dann bestimmt mal in einem Vlog oder so berichten. Ich glaube, Patti hat die nicht so gut vertragen, aber Patti meint, glaube ich, sie hat auch schon mal eine von Kiehl's oder so, glaube ich, nicht so gut vertragen, und generell von Paar. Ich glaube, Patti verträgt einfach keine Augencremes. Bei mir hat es bisher immer nichts Schlechtes gebracht, und ich glaube, bisher haben die immer sehr, sehr gut funktioniert. Das Letzte, was ich mir geholt habe, war gar kein Plan, das zu holen, und auch nichts, was ich eigentlich gebrauchen könnte, und so, beziehungsweise, ich habe es gesehen und dachte, was ist das denn cooles? Und zwar ist das was mit Aloe Vera. Das hat jetzt nur noch 9,99 statt 16,99 gekostet. Das ist so ein Cleansing-Zeug. Green Power, 98% Aloe Soothing Jail, 98% Aloe Vera, made of Aloe from California, US. Richtig geil. Gab es auch nochmal mit Honig, habe ich jetzt auch immer noch die ganze Zeit gesehen und überlegt, auch noch zu holen. Das Aloe Vera hat mich jetzt erst angesprochen, weil ich in letzter Zeit super auf Aloe Vera bin und alles so mit Aloe Vera immer ganz cool finde. Das hat mich das gerade am meisten angesprochen. The Dewy Clean. Die Feuchtigkeitsspende und kühlende Pflege eignet sich für alle Hauttypen und kann für eine wohltuende Wirkung nicht nur auf das Gesicht und den Körper aufgetragen werden, sondern auch auf die Haare. Sondern auch auf die Haare? Geil. Feuchtigkeit ist für meine Haare auf jeden Fall auch sehr gut. Körpergel, Gesichtsgel, Haargel. Wie krass ist das denn? Das, ähm... Ja, allein das macht das Ganze schon richtig geil, glaube ich. Das kühlende und Feuchtigkeitsspende Aloe Gel ist geeignet für trockene und empfindliche Hautstellen und sorgt mit Allatonin und Vitamin B5 für eine intensive Nährung. Das Aloe Gel beruhigt und pflegt die Haut zum Beispiel bei Sonnenbrand oder nach der Rasur. Richtig geil, könnte ich auf meine Beine machen oder so. Und nach dem Sonnenbaden. Und wenn man einen Sonnenbrand hat, richtig geil. Ja, also da bin ich auch gespannt. Das werde ich euch wahrscheinlich auch mal dann in einem Vlog oder so berichten. Ich war die ganze Zeit auch am überlegen, schaut euch das mal an, wie das aussieht. So ein bisschen wobbly. Könnt ihr das erkennen? Ja, wie gesagt, ich bin auch drauf und dran gewesen, das Ganze nochmal in Honig zu kaufen. Nicht nur als Aloe, sondern auch als Honey. Ich weiß noch nicht, soll ich das noch machen? Weil es klingt so gut. Ich muss auch nochmal bei Douglas online gucken, ob die das da auch haben. Weil ich habe vorher noch nie was davon gehört, das hat mich gerade so gecatcht. Und als ich das gesehen habe, dass ich das unbedingt mitnehmen musste. Ja, das zu meinem Einkauf bei Douglas. Und jetzt kommen wir zu den letzten Produkten, die ihr wahrscheinlich schon mal in einem Vlog gesehen haben werdet. Und zwar habe ich mir die Ava & May Duftkerzen bestellt. Das Anbauen zu den ersten ist bestimmt nochmal in der Infobox und in der Infokarte verlinkt. Und zwar habe ich mir dieses eine Set geholt. Und zwar sind es hier Marrakesch, Marokko. Leute, ich liebe Duftkerzen einfach. Preise, wie gesagt, findet ihr online. Das ist die rote. Und die riecht so nach Zimt. Richtig geil. Ach Leute. Ist doch schön. Dann habe ich noch die Kyoto Japan Kerze. Die müsste die gelbe sein. Ja, das ist die gelbe. Die riecht zitronig. Auch ganz nice. Ava & May ist so hochwertig. Das ist unglaublich. Wirklich klasse. Und dann ist da noch die Paris France. Das ist die weiße Kerze. Und die riecht... Ich weiß es nicht. Frisch? Ich glaube. Richtig geil. Das sind quasi die aus dem ersten Set, was ich bestellt hatte. Und ich hatte ja glaube ich 50% Rabatt oder so. Mega geil. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Set, was ich dann später irgendwann nochmal bestellt habe. Wo ich da dann auch wieder 50% Rabatt irgendwie hatte. Der Vlog ist wahrscheinlich auch nochmal in der Infobox und in der Infokarte verlinkt von diesem Unboxing. Und da haben wir einmal Anapurna Himalaya. Diese Kerze. Und das müsste die... Genau, die hellblaue sein. Oder die blaue. Oder wie auch immer. Ich kann euch gar nicht sagen, was es riecht. Einfach nur gut. Ich kann Düfte einfach nicht beschreiben, Leute. Dann haben wir noch die Santorini Greece Kerze. Die Griechenland Kerze. Richtig nice. Ich liebe das mit den Städten und Ländern. Das ist die dunkelblaue, genau. Oh, die riecht auch so gut. Leute, ich weiß es nicht. Ich kann Düfte einfach nicht beschreiben. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Bei Zimt und Zitrone ist es mir einfacher gefallen. Jetzt müsste ich nochmal, um die genauen Duftangaben zu sagen, müsste ich nochmal auf die Ava and May Seite gehen. Oder Ava and May. Ava und May, Ava und May. Ava und May würde ich jetzt sagen. Aber, ja, oder ihr geht da rauf und dann könnt ihr euch das nochmal nachlesen, nach was was riecht. Und die letzte aus dem Set ist die Dambula Sri Lanka Kerze. Und das müsste, glaub ich, die Grüne sein. Das ist die Grüne. Und die riecht ein bisschen herber, männlich, Tanne, Wiese, keine Ahnung. Ich kann euch das gar nicht sagen, wirklich nicht. Ich kann euch nur sagen, die riechen alle geil und sehen alle so gut und hochwertig aus. Also wirklich unglaublich geil, wirklich. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut ich diese Kerzen finde. Liebe Duftkerzen einfach unendlich doll. Und ich habe einfach gelernt, dass man mittlerweile echt auch teure Duftkerzen nehmen muss, um auch wirklich was davon zu haben. Was heißt teuer? Ja, man zahlt einfach den Preis für die Qualität, sag ich so. Und ich kann mir vorstellen, dass die einfach richtig gut sind. Weil ich habe es ja schon damals bei den Yankee Candle Kerzen gemerkt. Die sind nicht günstig, aber tun das, was sie versprechen. Was andere Kerzen wiederum nicht tun, andere Duftkerzen. Gott, Leute, ich bin so fertig. Bei der Hitze zu filmen ist gar nicht so einfache. Ja, das war alles. Alle Sachen, die ich gekauft habe. Ja, das war schon ein bisschen was, ne? Erst dachte ich, oh, ist ganz schön wenig. Dann dachte ich, oh, ist ganz schön viel. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich ein gutes Mittelmaß gefunden habe. Ich weiß noch bei meinem, äh, ich weiß nicht. Nicht der letzte Roll und nicht der davor. Also nicht der vorletzte, sondern der davor, glaube ich. Da habe ich am Anfang des Videos gesagt, oh ja, ist gar nicht so viel. Blablabla, ja, blablabla, wird gar nicht so lang diesmal. Am Ende ist das Video 40 Minuten oder so gegangen. Und ich habe schon viel Gelaber von mir rausgeschnitten. Da habe ich natürlich auch einiges drin gelassen, weil es einfach dazugehört. Aber, ja, oh mein Gott, ich bin richtig fertig bei der Hitze. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt abgedreht habe, dass ich Produkte endlich verwenden kann. Vor allem die Anti-Pickel-Sachen. Kann ich was gegen den Pickel hier oben tun, den ihr zum Glück nicht seht? Den haben wir genau hier. Ja. Und kann alles andere auch ausprobieren, verwenden, hinstellen und was man nicht alles damit macht. I'm so happy, wirklich. So, das war mein Haul. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Würde mich über eine positive Bewertung freuen. Hier oben kommt ihr zu meinem letzten Haul. Und hier unten kommt ihr zu meiner Haul-Playlist, falls ihr den letzten schon gesehen habt oder aber ein paar andere verpasst habt. Wie gesagt, Infobox und Infokarte dort findet ihr auch noch. Einige Hauls oder was auch immer ich alles dort verlinkt habe. Hier könnt ihr mich abonnieren, falls euch meine Videos gefallen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei einem weiteren Video von mir wiedersehen. Ciao!